Hallo, hier ist wieder der coole Junge 1337, heute mit einer Anleitung, wie ihr unter Windows 7 eure eigene Stimme aufnehmen könnt. Dazu klickt ihr zuerst auf Start, Alle Programme, Zubehör und Audio Recorder. Um eure Stimme aufzunehmen, müsst ihr auf Aufnahme beginnen drücken. Ich mache mal einen kleinen Test. Jo, hallo, das ist ein kloner Test. Um es wieder zu beenden, drückt ihr Aufnahme beenden. Dann könnt ihr eure Datei speichern. Um ihre Datei anzuhören, geht ihr dahin, wo ihr sie gespeichert habt und klickt mit einem Doppelklick drauf. Jo, hallo, das ist ein kloner Test. Das war es, ich hoffe es hat euch geholfen und ihr wisst ja, Daumen hoch, Beine breit. Tschüss.